SIEERAAA Godman Chronicles Oh shit Seht euch diese guten gerenderten Filme aus dem Jahre 2000 an Die hatten's schon ganz schön drauf Ey, die fliegen echt ordentlich in Formationen, das musst du dir lassen, ey Geile Leute Wirklich höflich Ey, ist sicher das geilste, was ihr jemals gesehen habt So als gerenderten Film Ey, guckt euch das an Yeah, die Auflösung Ihr enttäuscht mich nicht Ich kann die Basis unten sehen Ist das schwer Was wäre ein dummer Typ So ein dummer Assi Oh shit ey Man, sie laufen hin Wo auch immer sie hinlaufen Oh shit, oh shit Jemand da? Nö Yeah Jemand da, da steht so ne Kolonie davor Jemand da Entschuldigung Entschuldigung, dass dieses Wort kam Gruber Ich glaube Hastings Funkgerät ist falsch Er wiegt die Willen Kümmer dich drum Hey Hier drin ist nichts Gibt's dauernd nirgendwas Negativ Wir suchen nach Lebenszeiten Egal was Äh Sieht wie ne Brille aus Mega-Monster-Käfer-Tee Was ist da los? Ruhig halten, Leute Ich komm runter Ich komm runter Lustig Zu viel Was zur Hölle? Das Käfervie Was alles Auffrisst Nett man's auch Tolle Musik Was ist hier los? Was ist hier los? Wer hat den Befehl gegeben? Hä? Ich lebe Ich lebe Was? Einfach vorbei? Äh Äh Oh Okay Ich fang einfach mal an Okay Hallo Leute Willkommen bei meinem neuen Projekt Einem Einem Auf der Golden Source Engine Basierendes Spiel Ähm Das sich Gunman Chronicles nennt Es kommt aus den Jahren 2000 Und ist aus der Zeit Wo Leute Wenn sie auf einer Engine Von anderen Leuten Ein Spiel gemacht haben Das noch etwas sehr sehr Besonderes gewesen ist Tja Und dazu gibt's auch eine kleine Geschichte Die man erst erzählen muss Dieses Spiel wurde von Sierra gepublished Und äh Wurde dann eben auch In den Park aufgestellt Wurde gemacht von Real Wolf Entertainment Ein Projekt Eine Gruppe von Leuten Glaubt ca. 30 35 Leute Die aus der Mod Szene kamen Und ein eigenes Spiel zu kreieren Und dieses Entertainment Studio Äh Das gab es auch nur für dieses Projekt Gunman Chronicles Das ist die Frage Jetzt ist die Frage aber gewesen Wie kam es denn überhaupt dazu Dass äh Dass sich jemand mit einer anderen Engine Da dann wirklich Sich in den Park aufstellen konnte Das war ja damals undenkbar gewesen Dass es sowas in der Art gab Äh Das kam so zustande Dass Sierra ja eine Kompanie gewesen ist Die seit 1996 Wirklich äh Um ihr Leben gekämpft hat Die haben sich ja so oft Neu aufgebaut Und so oft Äh Neu zusammengestellt Und haben Mitarbeiter abgegeben Wie bekloppt Und man merkte halt wirklich Dass das Unternehmen An vielerlei Stellen Schon langsam in den Bach runterging So äh Gab es dann Ich glaube 1999 Kam sie dann zu der Entscheidung Dass sie die Entwicklung Von Computerspielen selber Eher in die niedrige Prioritätsbereich Stellen wollten Und sich eher darauf konzentrieren wollten Spiele von anderen Leuten Äh von Die nicht aus ihrer Engine Beziehungsweise nicht aus ihrem Bereich stamm Selber zu publishen Wurden also eher zu einem Publisher Als zu einem Entwickler Tja Und dann war das Ding eben halt Dass Sierra damals schon Half-Life 1 gepublished hat Das haben die ja damals noch gemacht Äh bevor Ähm Als Wolf nur eine Entwicklergruppe gewesen ist Als Wolf noch gar nicht das mit Steam hatte Und den ganzen Kram Das gab es ja alles doch gar nicht Äh Das war ja alles noch so weit weg von uns gewesen Das konnte sich ja kein Schwein vorstellen Dass es jemals mal Steam geben würde Ja Da kam dieses Rework Entertainment Studio Eben halt dann Äh Man fing an dann zu entwickeln Gunman Chronicles zu entwickeln Und irgendwann Äh Als sich da mehrere Publisher durchgegangen sind Und die überall abgelehnt wurden Äh Kam dann irgendwann Sierra Äh Zu einer Zusammenkunft mit Wolf Äh Kam dann zusammen da ran Und haben dann so gesagt Ey guck mal Die machen da ein Projekt Mit unserem Spiel Und das sieht eigentlich Echt ganz vernünftig aus Wollen wir da nicht Wollen wir das nicht mal mal publishen Und so Ja Haben sie sich dann nachher drauf geeinigt Äh Dass sie dann eben halt Dieses Spiel publishen Aber auch nur auf Aufgrund dieser kulturellen Maßnahmen Auf dieser Tradition Äh Diesen Idealen Die dann nachher Sierra Gefolgt ist Dass sie andere Spiele publishen wollen Von anderen Entwicklern Äh Und dann eben halt auch Unter dieser Engine Tja und so Aufgrund dessen Weil Sierra in der Zeit Äh Sich gerade gesagt hat So 1999 Und äh Man muss sich ja bedenken Dieses Spiel war Vier Jahre Entwicklung Von einem 35er Team Die haben das natürlich So zwischenbei gemacht Dieses Revolve Team Ähm Das haben sie glaube ich 1996 mit angefangen Und das Spiel kam dann 2000 jetzt raus Äh Muss man sich wirklich mal bedenken Danach haben sie sich dann eben halt Aufgelöst Äh Haben dann eben halt Andere Projektgruppen gemacht Und ja Sierra wurde ja auch Kurz danach aufgelöst Wollte glaube ich An Vivendi Äh Die Vivendi Äh Hatte ja damals schon Sierra gekauft gehabt So war das gewesen Und wollte dann nachher glaube ich Weiter an Havoc verkauft Äh Die dann wiederum nachher glaube ich Von Blizzard übernommen worden Bin mir nicht mehr ganz sicher Blizzard Oder Activision Eins von beiden Ja Und dieses Spiel hat einen sehr sehr Interessanten Hintergrund Eine sehr sehr interessante Hintergrundgeschichte Und wir haben dieses Spiel jetzt vor uns liegen In der deutschen Passung Ich hab's mir extra nochmal bestellt Weil ich hab bis damals Äh Vor circa über 50 Äh über 15 Über 10 Jahren gespielt Ähm Möchte euch jetzt gerne auch nochmal Durch dieses Spiel mitnehmen Ich wollte nicht die englische Version haben Ich wollte die deutsche Version mit euch spielen Deshalb musste ich es mir einfach nochmal bestellen Ähm Gab es hier 3 Euro bei Amazon Bei Amazon Hab ich mir das da geholt Auf einmal zu Und äh Ja Das war ein ganz vernünftiger Preis gewesen Den ich gerne nochmal zahlen wollte Nur um euch dieses Spiel nochmal zeigen zu können Er wirft mit dem Gunman Chronix Die neue Dimension des Action Spiels Powered by the Half-Life Engine Also ja was natürlich die Golden Source Engine ist Ist die Version 1.0.0.0 Unangefasst Unangetast Und ich find das schon spannend Wenn wir hier durch dieses Menü durchgehen Ist natürlich im Half-Life 1 Stil Aber guckt euch mal an was es hier geht Die Vorschau Wenn wir auf andere Produkte ansehen Zum Beispiel Team Fortress 1 Ja Damals als es da mit Team Fortress Classic ging Das gab es alles noch nicht Das war alles noch in Entwicklung gewesen Und hier sieht man das eben auch Obwohl das natürlich nicht von Real World war Team Fortress Sondern von Wolf mitentwickelt wurde Als Mod Wollte das hier auch mit beworben Weil es natürlich unter denselben Publisher Damals so die Valsiera und Wolf Ja damals auch noch zusammengearbeitet haben Äh Kannst du dir halt zustande Wie kann ich die Blitme angucken Multiplayer gab es damals auch schon In den Jahren 2000 Da muss er erst mal kurz laden Damit er das drin hat Ja guckt euch das mal an Multiplayer total verschwommen Total schreck gemacht Also dieses Spiel ist nicht gut Also es ist auch aber auch nicht schlecht Es ist ein solides Spiel Es ist ein solider Mod Der hat seine Momente Aber er hat auch ziemlich abstrakte Momente Wo man sich echt nur denkt Wo man sich ein bisschen drüber lustig machen kann Es ist ein sehr verrücktes Spiel Ja Es gab damals Internet Es gab damals das World Opening Network Und man kann durch die Steuer Man kann selber seinen Spieler bearbeiten Wenn man möchte Der ganz normal in Half-Life 1 Stil Mit den Standard-Symbolen Die es damals schon gab Das ist total lustig Einfach 1 zu 1 übernommen Chaträume Ladenspiele Internetspiele Gibt es natürlich jetzt Also wenn ihr jetzt versucht Danach zu suchen Findet ihr natürlich Diese Central nicht mehr Da könnt ihr noch so lange versuchen Jemanden zu erreichen Das ist alles weg Das ist alles Geschichte Alles was ich euch anbieten kann Ist jetzt nochmal ein Playthrough Ähm Bei Gunwin Connacles Jetzt habe ich euch lange genug aufgehalten Ich würde sagen Lass uns das Spiel doch mal auf uns wirken Ach Bevor ich es vergesse Konfiguration Inhaltssteuerung Inhaltskontrolle einschalten Entschuldigung Ähm Nehmen wir einfach mal A A Und dann wieder ausschalten Und einfach nur Diesem Effekt Entgeben zu gehen Dass das Spiel vielleicht Gewaltmindernd dargestellt wird Das habe ich damit somit Ausgelöscht Hoffe ich mal Und Ich glaube bei der Story Habe ich noch was gesehen Automatisches Zielen Muss unbedingt aus Das kann ich mir nicht antun So Machen wir auch okay Denn das Spiel kann Oft abstürzen Weil es eben halt Es läuft unter Windows Kompatibilitätsmodus XP Service Pack 3 Läuft es Alles andere funktioniert gar nicht Weil es sagt Dass ich einen Arbeitsspeicher Von 0 MB habe Minus 0 MB Und dementsprechend Bin ich froh Dass es jetzt gerade überhaupt läuft Viel spiel auf dem Sicherheitsgrad Mittel Ganz normal Wie es gedacht ist Und legen einfach Gleich mal los Mal sehen Was das Spiel mit uns vorhabt Ja gut So habe ich mir das schon fast gedacht Keine Sorge Leute Nächster Versuch Da hat er ein paar Stadtschwierigkeiten So Wir haben es Guten Morgen Major Archer Die Feuze der Stichten wurden Mit freundlichen Gehämmung Hören wir es mal zu Wir gucken wie ich bis zu oben Gehämmung Für weitere Informationen Zu einem Thema Ist gegen eine geringe Gebühr Ein kompletter Bericht erhältlich Wenn Sie weitere Discounts wünschen Halten Sie bitte Ihre Regiment ID bereit Berichte von den Frontlinien sind düster Die Abteilung für Mandatkolonisierung bestätigt Dass zwölf weitere Frontplaneten Von Xenoms verseucht wurden Trotz der Ankunft eines massiven Aufgebots Von Gunman Truppen Breitet sich unter den Kolonisten Weiter Panik aus Und ungeachtet Der Anordnungen des Koloniemandats Der Flieger ist los Das weiß ich noch So cool Durch Xenoms an so vielen Fronten Gleichzeitig die Kampfkraft Bis aufs Äußerste beansprucht Werden diese Spekulationen Durch die Führungsspitze Der Gunman zurückgewiesen Aufgrund der über mehrere Wochen Anhaltenden Kämpfe Können aber auch hochrangige Militärführer Nicht mehr leugnen Dass die Verluste hoch sind Zum ersten Mal in der Geschichte Wird die Menschheit mit der Möglichkeit Konfrontiert Dass kolonisierte Welten Einer kriegerischen Und gefährlichen Rasse Von Außerirdischen Überlassen werden müssen Hm Das ist natürlich kritisch Ja Wie ihr es schon hier hören könnt Es geht hier um die Xenoms Es hat sich gar nicht angelegt An Xen Von Half-Life 1 oder so Nein man merkt gar nicht Dass es sich um einen Mod handelt Ähm Daten werden geladen Ich kann die Autos Das ist praktisch Weil ich kann nicht ins Menü Nehmt sich erst die auch Ey yo Was machst du da Die vor kurzem für viel Aufregung Unter den zwangsrekrutierten Kolonisten sorgten Gestern Abend wurde eine Pressekonferenz Von Dr. Vakus Ralgori Ein zivilen Wissenschaftler Geht das cool Wer bist du Für Kolonisierung zurückgehalten werden Die Administratoren Die diese Bedrohung Hätten eindimmen können Haben sich dafür entschieden Lieber das Leben von Kolonisten zu opfern Als ihre Profite zu gefährden Das ist aber ziemlich Die Verantwortlichen der AMK Lehnten es bisher ab Auf die Forderungen Dr. Kalvorians zu reagieren Beriefen sich jedoch einmal mehr Auf die als geheim klassifizierten Dokumente Der Akte über bedrohliche Affen Anwälte beider Seiten Bereiten sich weiterhin Auf einen zweifellos langen Kampf vor Yeah Das ist voll Alkoholiker geflogen Technologie heute Sämtliche Gunman-Truppen Werden mit einer neuen Reihe Konfigurierbarer Waffen ausgerüstet Die zuerst von Grenzwelt-Erfindern In einem Feldversuch getestet wurden Soldaten, die diese Prototypen Freiwillig in Front-Situationen getestet hatten Loben an diesen Modellen Vor allem die Fähigkeit Sich an die sich ständig ändernde Art der Xenom-Krieg-Führung anzupassen Waffenfabriken arbeiten rund um die Uhr Um Truppen mit den neuesten Modellen auszurüsten Und planen Aktualisierungen und Weiterentwicklungen auszuliefern Sobald diese zur Verfügung stehen Major Archer Ihr Regiment beginnt heute sein Training Mit diesen neuen Waffen Ah Heiß Da wurde gerade das Tutorial angekündigt Selbstlosen Generals Durch die ersten Xenoms Ausgelöscht wurden Dieser mutige General Ermöglichte eine Handvoll Gummen die Flucht Und sorgte damit für die Verbreitung Der ersten offiziellen Warnungen Vor der Xenom-Lage Im gesamten westlichen Spiralarm Laufen die Vorbereitungen Für die Gedenkfeuer Auf Hochdruck Eine Veteranen-Vereinigung In der Nähe der Grenze Plan zu Ehren des Generals Die Sprengung des blauen Riesen Gamma-Valkyrie Er hat immer gesagt Dass er mit einem großen Knall Abtreten will Wir finden, dass eine Supernova Dafür genau richtig ist Hahahaha 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 Kannst du das auch für mich zu penetrieren? Ich weiß, dass ich Major Archer bin Das ist sehr nett So Vorwärts-Taste zu vorwärts gehen Rückwärts-Taste zu rückwärts gehen Linksfeil nach links zu gehen Rechtsfeil nach rechts zu gehen Okay, dankeschön für den Tipp Ja, unser HOD ist unten links Wie ihr jetzt bemerkt habt Es geht anscheinend um die Verdrohung einer Rasse aus den Aus der Ferngalaxien Die wir auch schon gesehen haben Die sogenannten Xenoms Und wir werden jetzt anscheinend Ein Waffentraining erst mal ausgesetzt Das wir machen sollen Die machen die Truppe ein bisschen leiser Ein Waffentraining ausgesetzt Um uns jetzt Auf diesen neuen Feind vorzubereiten Da uns jetzt eine neue Waffenbasis Neue Waffen, wie es gerade hierher geliefert worden Mit dem wir erst noch umzugehen Lernen sollen Okay Oh, sogar deutsche Texturen Wow Das hatte ich so gar nicht mehr in Erinnerung Das ist natürlich heftig Ja, das hat doch noch nicht mal Half-Life 1 selbst Äh Gehen wir zum Schießstand, würde ich sagen Geh wir da mal hin Ganz so weit der Half-Life 1-Modus Mit Barney-Hopping und den ganzen Scheißen Sie werden im Besprechungsraum erwartet Du bist der selbe Du hast dieselbe Stimme wie Barney Wie Barney aus Half-Life 1 Okay, ja, da ist hier die Besprechungsraum Warum nicht? Warum sollte ich hier die Besprechungsraum? Oui, oui Oui, oui Ja, jetzt können wir uns durch die Gegend springen Können wir uns durchbewegen Das macht nicht Spaß Hey, yo Was, wa, wa Das Motto des Generals lautet Was, wa, wa, auf da mit Was zur Hölle machst du da? Wie lautet unsere Mission? Du hast die selbe Stimme wie der Tüte hinten Das ist sehr super wert Wir sehen alle gleich aus Geht los, sobald die Landungshilfe vorbereitet sind Ich hoffe, ihr schickt ein paar Xenums in Zielenseits Genau wie der General Ja, mach ich Ich trete sowas hinweg Also anscheinend, irgendwie Jawoll Wir haben ein paar Stunden Zeit Ein bisschen Training auf dem Schießstand Lern prima Tatsache Du hast aber eine andere Stimme Kannst du mal aufhören? Du hast eben noch eine andere Stimme gehabt Ja, das ist unser Typ, den wir im Intro gesehen haben Dieser super Cowboy da Ihr habt alle dieselbe Stimme Okay, wisst ihr was? Ich geh weg Ich geh weg Das ist mir zu doof hier Alle haben dieselbe Stimme Gut, von mir aus Aber ich muss mich nicht noch auf einen lassen Ich brauch hier Ich brauch hier Ich brauch hier nicht so Juhl Okay Ich brauch hier nicht mit euch reden Ja, wir haben woanders hin Ich geh einfach zum Schießstand jetzt Wisst ihr, du könntest mir egal was ich vor mir heute Was war Nein Nein, bitte nicht Nicht das Geräusch Okay Bräung Okay, von mir aus gerne Also ich spiele das Spiel zum ersten Mal seit über 10 Jahren wieder Ich muss das selber auch ein bisschen auf mich wirken lassen Das ist total cool gerade für mich Das macht mir hammer viel Spaß, das gerade mal wieder zu sehen Weil es Oh oh Da scheint noch ein beschädigtes Schiff an Yeah Yeah Was? 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 Oh shit Oh shit Sie müssen sich ducken, um drunter durchzukommen Was war das denn jetzt? Okay, zeichnen Springen Sie drüber Okay, mach ich Äh, hab ich gemacht Äh Äh, so Okay Heck Heck Hat er gemacht Okay, ich kletter mal hier hoch Was ist das denn Klettergeräusch? Diese Seite ist blockiert Rennen Sie los und springen Sie auf diese Seite Huuuuaaa Okay Ja, schönes Stream Ich habe keine Befugnisse dieses Kraftfelds auszuschalten Aber Sie haben sie Äh, wä Du denkst jetzt mal über Befugnisse nach, wenn hier gerade Raumschiff einfach hier reingefetzt ist? Weißt du, wie ist du, wie locker ist es auch gesagt Scheint, als würde wieder ein Raumschiff, das kaputt ist, wie der Versuch hier anzutocken Weißt du Pfff Äh, egal Ja, ich bin Zu besser gehen Angriff 1-Taste drücken Ey, geil Sollte funktionieren Ja, ich hab besser Haia Okay, geil Messer So, und jetzt gehen wir durch, oder wie? Oje, das war aber ein übler Sturz Sieht so aus, als wären Sie verletzt Suchen Sie nach einer Sanitätsstation, um sich zu versorgen Jo, geil Ich werde einen einfacheren Weg nach unten suchen Mach mal Richtig der einfache Weg soll ich halten Weiter, Tempo Okay, ähm, Entschuldigung, die Geräusche machen mich wahnsinnig Wuhuuh! Wuhuuh! Wha... Jesus... Wha... W... Was? Ne... N... Endlich Das Kraftfeld ist gerade noch richtig angesprungen. Nur für Jones war es zu spät. Das Kraftfeld ist gerade noch richtig angesprungen. So, so wie dazu. Nein. Alles klar, Hustungsmann. Ja, das habe ich gesehen. So als wäre nichts gewesen. Einfach so ein Schiff reingestürzt, egal. Können wir doch mal trainieren. Der Typ da ist eben einfach gestorben, aber scheiß drauf. Interessiert mich ja nicht, ne? Ich würde mal sagen... Standard-Pistole. Okay, wir müssen diesen Part wenigstens noch einmal geschlossen haben. Yeah, Alienwaffe. Oh. Oh. Ah, man kann... Kaskade? Pulsladung oder Kaskade kann ich machen mit der Pistole. Okay. Okay, Puls. Bei diesem Ziel kann auch mit dem Schallfeuermodus gepunktet werden. Ah, ja. Bei dem Spiel kann man ja nicht nachladen. Ich bin betrachtet zur Anpassung der Waffe, um die korrekte Einstellung zu wählen. Ja, ja. Ich würde... Ach, mit dem Mausrad entscheide ich das. Ladung. Oder Ladung? Was, richtig? Bei diesem Ziel kann auch mit dem Schallfeuermodus gepunktet werden. Hey, Sie! Sie benutzen die falsche Einstellung bei diesem Holoziel. Okay, man. Der einfach... Ey, wo war Kaskade? Yeah. Kaskadenmodus, besser Modus. Ey, wie geil. Ey, geil. Ich denke, ich spiele Halo. Geile Waffe. Okay. Und Scharfschützenmodus? Was ist denn bitte schön der Scharfschützenmodus? Puls? Ja. Nicht? Ladung? Hör auf. Scharfschützenkit aufnehmen, umtaste. Wo ist das? Ach, da. Okay. Yeah. Scharfschützenmodus. Da. Scharfschützenmodus. Okay. Was? Öh. Oh Gott. Äh. Wer bist du? Wo stehst du? Okay. Bist du der... Bist du der Automat? Okay. Das ist mir alles zu viel. Wir sehen uns im nächsten Part. Ey, das schießt ja so geil. Ey, man kann nicht zielen. Man muss die linke Maustaste gedrückt halten und dann von der Zeit dreht sich das alleine weiter. Geile Scheiße. Ist das nicht cool? Kann ich damit auch Kaskade feuern? Oder wie? Ne, dann ist ja die Pistole. Oh, wie cool. Okay, ähm. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. 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 Ciao.